Komm schon. Ja, ja, ja. Und jetzt rennt's wieder bis nach da vorne. So dein kleines Arschvieh, aber jetzt zwick ich dir von hinten in den Anus. Jetzt geh ich nämlich hier hin. Jetzt kann es gar nicht mehr... Egal. Run. I'm gonna run. I'm gonna run from this battle. Totally. Ach Gott. Komm, ich will jetzt das scheiß Ding fangen hier. Ach, obwohl. Eine Confusion kann ich hier doch noch reinkloppen. Dann ist es doch eh hin, oder? Hm. Heyo. Denny. A critical. A critical. Gut. So, was sagst du jetzt? Ja, renn zurück, Junge. Okay. Wie weitest du weggerannt ist jetzt? Ich bin doch mal weg. Zack, 80 Milliarden Kilometer woanders hingerannt. Bitte lass mich fliehen. Sip-Sonic. Ach, das Togepi kann gar nicht sterben. Also, die können das nicht angreifen. Also, so kommt mir das zumindest gerade vor. Egal. So, renn ein Stück. Fuck, ich weiß gar nicht, wo lang ich muss. Ich hoffe, dass das die richtige Richtung ist. Nein. Nein, du Stück. Ich meine, du böses Pokémon. Ich will sich schon wieder Milliarden Mal im Kreis rennen. Sagt nochmal. Ja. Renn. Bitte. Nicht da lang. Ey, du. Verschissenes. Verschissenes. Halt. Okay. Okay, ich will bleiben. You're gonna die. You're gonna die. Immer wenn ich es angucke, rennt es dann... Fuck, man. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will hier rumgucken. Ist es jetzt nur so gerannt, weil ich denke, ich habe es im Griff? Oder ist es zufällig lang gerannt? Weil ich denke, jetzt müsste es ja nach da hinten rennen. Einfach mal hier speichern. Einfach mal hier speichern. Speichern. Ja, bitte. So. Zack. Ah. Okay. Tja. Ich habe jetzt zum Glück gespeichert, nicht wahr? Ja, klar. Hallo. Achso. Gut, ihr mein Name. Late going. The Poi Pay. Zack. Zack. Morgen, was passiert, wenn ich von der anderen Seite anquark? Rennst auch nach der... Aha. Good. It's good. No. Egal. Egal. Run. Schnell weg. So. Ich will doch jetzt noch dieses verkackte... Oh. Das ist echt ein bisschen flippig hier. Das ist ein bisschen flippig. Sehr gut. So, kurz nochmal speichern. Ich will ja, dass es direkt so läuft, wie ich das will. Wie sieht's denn aus mit dir? Zack. Sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, was da hinten los ist. Wo da hinten überhaupt der Weg ist. Ist da hinten der Weg? Da hinten ist der Weg, oder? Bitte sag mir, dass da hinten der Weg ist. Ah, es soll in die andere Richtung rennen. Jetzt muss ich entweder einmal ganz außenrum, was ultra behindert und sehr unparalleled wäre. Ja. Also anscheinend kann Togapoi nicht gedacht werden. Kurzen Blick riskieren. Ich muss weg. Schallah. So. Jetzt haben wir schon eine Wahrheit. The hour of the warheat. Wenn man so will. So. Bitte lauf nach rechts. Ja, 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 ja. Sieg auf ganzer Linie. Immer schön weiter. Jetzt macht gleich der Kerl... Oh mein Gott! Da es jetzt seit dem Ende zugeht, werde ich hier schon noch einen Fight machen, denke ich. Es soll mal growlen. Und jetzt wird Tokkape automatisch eingepackt. Und Wiede kommt hin. Wiede sieht am merkwürdigsten aus. Was ist mit dir los? Das hängt im Boden. Ich dachte, das wird einfach nur zwei Flügel. Guck mal. Jetzt wird natürlich ein Eidiges klar. Naja, egal. Wiede macht das mal schnell. Zack. Lächerlich. Da kann Wiede nur lachen. So. Also. Und jetzt kommen wir dem Ende entgegen. Dem Ende des anderen Pokémon, was wir die ganze Zeit jagen. Denn es wird dann gehexelt. Hopp! 45 hat's been cut. Yeah. Yeah! Wow, thanks! Wow, a whole bunch! My boss Pokémon won't obey me, because you don't have a badge. What's now? Wow. Ähm. Ja. Kurz mal nach dem Baumann labern. Nur für alle Fälle. Ich weiß. Bla 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 bla. Doppel gelabert. Ich weiß. Ich weiß. Und jetzt. Kann ich zurück zu Kurt Christian Stone, Stuart Stuart. Wow, thanks. Wow. Ich weiß doch, man. Oh, er kommt sogar vorbei. Ich weiß. Ich weiß. Ah, my Farfetch'd. You found it for us, kid. Without it, we wouldn't be able to cut trees for Charcoal. Thanks, kid. Now, how can I thank you? I know. Here, take this. This is a whole Dildo myself. Pipi started in the Dildo pocket. That's the cut, AGM. Teach that to a Pokémon, to clear a small tree, to have the babla bla 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 bla. Of course, you have to have the gem badge from a sailor to use it. Do you? Do you want it? Äh, ja, warum nicht? Ah, lächerlich, ne? Man muss dieses Badge haben, weil die Pokémon genau wissen, wenn man, die spüren das, ob man dieses Badge hat oder nicht. Die merken das, weil, weil das so ist. Ähm, gucken wir mal direkt. Oh, HM1 Cut Use Es ist einfach nur The Verl Enable. Dann machen wir mal The Tackle weg. Learn One, two, three, and Poof! Wallen forgot Tackle and Wallen learned Cut! Wallen Emitsious Emitsious So, jetzt schneiden wir uns mal direkt durch die Scheiße hier. So, ja, ja, zack, ja, was für eine Frage. Willst du weiterkommen oder willst du einfach auf der Stelle stehen bleiben und vom PC verhungern? Behindert, ey, behindert. Dam, 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 Hakuna, Matata, Pokémon. Oh Gott, warum bin ich schon wieder so müde? Eigentlich habe ich lange genug geschlafen. Ich habe einfach, ach, mir fällt gerade ein, vielleicht, wenn ich so, weil ich so, weil ich so viel reden muss und ich richtig atme. Daran kann es eigentlich liegen. Ich muss einfach nur ein bisschen mehr atmen. Na, ich bin aber schon müde. Irgendwie, keine Ahnung. I'm müde like a dog. So, Hakuna Matata ist gleich weg. Dann schaue ich mal noch, was in diesem braunen Haus drin ist. Komm. Hopp, use deine Power. It's a fisted. Wasted. Guck mal, was ist da drin? Was ist das? Das? Da? Mensch? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist das. Hm. Ach. Ähm. Wieder. Switch. Kann ich Togepi überhaupt in dem Stadium hier aufleveln? Ich schaue gleich mal, ob es mittlerweile mal Level 7 ist. Würde mich nämlich hart interessieren. Wenn nicht, dann nehme ich das davon da vorne wieder weg, weil das dauert mir zu lang hier. Aber es bekommt ja, ja doch. Ich drücke auch doppelt. Gut auf gut. Guck mal. Da hat er doch Level 9. Oh, was? Ah, es ist tot. FNT, heißt das? F-F-F-F... Was heißt denn FNT? Fainted. Is this tot? It can't be dead, you know? It's not amazing. Alex Forest is so overgrown with trees that you can't see the next city. Please watch out for items that may have been dropped. Na gut. Na gut. Dahin ist auch bestimmt was getroppt. Ne. Schade. Ich wollte gerade in der Millisekunde, man hat glaube ich schon gehört, wie ich eingeatmet habe, wollte ich sagen, ach greift mich ja nichts an. Aber dann doch. Naja, egal. Deswegen ist das eins, das ich nicht richtig ähm... angreifen kann. Da will ich nochmal kurz gucken. Ich vergesse jedes Mal, mit was ich... mit welcher Attacke ich... mit welcher Attacke von The Nemesis ich angreifen muss, damit ich so einen normalen Perkimen überhaupt Schaden zufügen kann. Ich glaube mit Lick schlecken wir es zu Tode. Mh, schmeckt das gut. Aber ganz schön schwach. Irgendwie. Curse. Wow. Super cool. Also wir könnten ja... haben ihn praktisch einen Flug auf... Fluch oder sowas auferlegt und jetzt... Cool. Jetzt kann ich es noch bespucken. Komm schon. Ja gut. Aber irgendwie nicht so das ganze Wahre. Ich mein, Curse ist schon nicht schlecht. Vor allem wenn ich weiß, es ist ein fetter Gegner, den ich jetzt vor mir hab. Der hat ein dickes Pokémon und da mach ich direkt Curse drauf und dann... BAM! Weil es kommt mir so vor, als würde es sogar noch mehr Schaden verursachen als... als Gift und so. Hm, als wieder Gift, wisch? Martin, komm, du machst den Rest. So. Na gut, Curse ist immer noch wirkt. Ja. Na gut, jetzt ist es eh weg, denn Martin wird seine einzige, doch recht mittelstarke Attacke nutzen. Hidden Power! Bam! Okay. Weg! Weg ist er! Weg ist er! Zack, bumm! Uff die Fratz! Du! Schau noch einmal da. Egal. So, versuchen wir noch mal zu fliehen. Ach. Hätt mich ja auch gewundert. Ich werd runnen. Ich werd sowas von runnen. Das dauert mir einfach zu lang. Ah, sorry, ich muss ja eh hier lang. Kurz mal wieder speichern, falls ich verreck, dass ich nicht zu viel neu machen muss. So, weiter geht's. Puh! Ah! Ne, ich muss jetzt erstmal Tocapita vorne wegnehmen. Es nervt mich richtig, dass ich andauernd switchen muss. Ach, theoretisch kann ich den ersten Run-Versuch machen, wenn der nicht hinhaut, kommt er eh wieder und poliert jedem die Fresse. Ja, das passt eigentlich. Ist ja gar nicht so übel. Apropos übel, ich hab Hunger. Ich hab hier noch Salzstangen. Ne, Salzbrezeln. Oh, das ist super effektiv. Na, okay. Fainted. Down. Ah. Hat noch nichts gegessen heute. Nichts versteckt, verdammte Kacke. Man soll schauen, ob jemand was verloren hat. Ja, ja. Ich soll in jede Ecke rennen, dass ich verkackt nochmal angegriffen werde. Hm. Hat nicht funktioniert. Gut, dann werden wir hier mal wieder mit Video ordentlich einen Hammer reinklopfen. Battle. Infusion. Oh, ich liebe Salzbrezeln. Die Packung ist doch fast leer. Aber. Aber so der Rest. Hm. Ah. Hm. Okay. Naja, ja, ja, ja. Ähm. Wie? Was ist denn mein entzündeten Augen? Der ist doch nicht weg. Der Level ist und der 80 oder was? Oh, Mensch. Naja. Jetzt wird getackelt. So. Ja, und da ist er auch schon weg. Naja, geil. So. So. Mhm. So schön geht's. Ja. Greift mich bitte an. Run. Oh, es hat geklappt. Geht's hier weiter. Ja, da liegt was. Ah. Wee. Es ist großartig. Ich kann nicht glauben, das ist so. Ah. Oh, ja. Okay. Dann run. Sag mir bitte, wenn es euch stört, wenn ich während dem Spiel jetzt gerade etwas nasche, dann lass ich es nämlich auch für immer. Aber ich glaube, dass es heute auch das erste Mal, dass ich es mache. Und ja. Komm schon. Ja, Confusion muss doch mal jetzt hier, oh, ja, sehr gut. Critical, eh, amazing. Völlig ausreichend. So. Okay. Fakt, da geht's glaube ich weiter. Ich gehe so ungern direkt den richtigen Weg. Ich will dann erst überall anders hin, um alles aufzusammeln. Run funktioniert jetzt, ich weiß es. Komm schon. Oh yeah. Amazing. Ja, ich habe ETA gefunden. Hui. Ich fühle mich sehr entzüß. Naja. Egal. Ähm, run bitte. Sehr gut, sehr gut.